so guten morgen an ihm ist wieder mal da mit heute das guck mal ich habe mal eine nadel jetzt gemacht aber stoff ich habe eine nadel richtig heiß gemacht da hat sich unten ja nicht gefahren kurz tors ist es die alte machen die schweinebande Das ist Kuhn-Sarzt. sind wir da Arnie, mit vom Müll organisieren Verpackung, wa? Verpackungsmüll? Ist auf der falsche Seite, oder? Ja, dann ist Verpackung. Ja, ist gelbe Tonne. Verpackungsmüll So, so Rares für Rares, mein Freund. 2.0. Rares für Rares, erste Folge. Wand auch auf der Straße statt. Arnie sammelt Kunststofffiguren. Äh, Olaf. Ich verjess es. Der Olaf sammelt Kunststofffiguren. Ne, es klingt, also es ist ja ein Kunstharz. Schweinebande. Hat die Haltung schön. Ja, als würde es im Regen sitzen. Das ist aber nicht. Eine heilige Figur. Verpackung? Ja? Was machst du denn hier? Da ist nur noch die Ene und die hier. Ja, ist nur noch die Ene und die hier. Da ist aber echt den Schotzen mit dem Hocker. Ja, reicht. Reicht. Ja. Ja, nett. Olaf. 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 Nett. Aber... Ja. Oh, der Mittsommer-Medaille. Ja, der ist gut. Rüben-Crew. Ach nee, es ist nicht wahr. Wat ist nicht wahr. Hier voll Mittsommer drauf. Ja, und hier hinten, DDR-Erfolgs-Konflikt Polen. Oh, die ist es ja. Entlang der Pipeline. Freundschaft. Hier��, überhaupt nicht wahr, sondern. Hier vorne, hier vorne seien hier vorne. Wo, die vorne vorne, vorne? Hier vorne, w πολύ? Hier, einfach hing am Boden. Ja, offenbar. Schlecht, nehmt man. Da drin, alle die Jüte. Nehmt man. Schönen. Ich kenne die nur die Beschriften, wisst ihr? Ja, die Beetz-Dinger. Mit Münze. Das wird nur für Touristen sein, dass sie mit so auf den Kühnel kamen. Ach nee, du kannst das ja auch so zusammenfalten. Nee, du machst das anders. Warte mal, ich mach her. Das ist zu kompliziert. Du musst nur oben an der Münze ziehen. Dann faltet sich das von alleine. Ah, der Vorhang geht zu. Geil. Ist nett. Ich kenne die nur mit Schrift. Was wusstet? Das? Das ist ja eher dein Ding. Naja. Was hier? Guten Tag. Guten Morgen, liebe Kinder. Schön Zucker im Hals. Ist aber interessant. Und der Rübengrub, den kennen wir ja. Ach ja, wie wunderbar. Ein Rübengrub. Eine Knolle. Eine Olle. Der hat hier oben als kleinen Abschlag. Ah Mist, die Kacki. Facki. Aber innen. Ey, der ist so weit vom Fettig gewesen. Der ist immer noch nicht sauber. Ich habe den in der Hand genommen. Der Olle Sellerie. Ich konnte den kaum noch abstellen. So hat der geklebt. 50 Jahre Fettbruch. Na doch. Konntest du abstellen. Aber nicht mehr anheben. Und der ist immer noch nicht sauber. Ich habe keinen richtigen Fettlöser. Ist echt gelaufen. So weit kommst du her. Trostig. Ja. Mustergeschützter Krug. Leider leicht bestoßen. Ja, aber das ist ja... Das ist ja auch mein Ding. War mal nicht. So weit kauf ich doch. Leicht bestoßen. Leicht bestoßen. Leicht bestoßen, ungesehen. Genau. Ungesehen, nicht unbesehen. Ich gucke mir ja an und sehe nicht, dass er leicht bestoßen ist. Ja, meine ich ja. Der Kohlrabi. Oh, den finde ich mal witzig. Den finde ich mal witzig. Arnim, was soll der kosten? Oh oh. Der Olaf, was soll der kosten? Olaf. Der hat eine Tarn-Identifikation hier. Wenn er hier ist. Wegen der Kamera. Darf ja keiner wissen, dass Arnim Olaf, äh, Olaf Arnim heißt. Nein. Na ja. Nee, dann mach nur. Ich schließe das ja auf. Aber wenn ich gehe... Oh, der ist teuer. Ich gehe wieder zurück. Ins Studio. Was kostet der? Oh, der ist teuer, hat er gesagt. Die kam sofort. Schlagartig wollte ich loslassen. Aber der hat nur an den Händen geklebt. Anu, willst du Stadi? Stinkt die Hütte, ey. Boah, ey. Stinkt der Hütte. Nimm mal Stadi mit. Nimm mal hier. Nimm mal hier. Nimm mal mit. Nimm mal hier. 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 Und? Was hat der Arnim noch mit? Da, witzige. Äh, der Olaf. Ach, Mann. Jetzt hör doch mal auf. Mach dir doch mal eine... Olaf. Hat die zuhause gekriegt. 15. Hat 15. 15 Euro. Ja. Habe ich mir ja viel, oder? War das falsch? Kannst du ja den Olaf nicht so vererlauben. Ich hab ja... Das macht er nicht aussieht im Willen. Na gut, klar. Stadi, komm mal her. Was ist die denn? Was macht die denn? Fällt mir eben mal hinten, dann hat sie einen Lutscher voll mitgeschmackt. Mit anderen nicht schmackt. Was willst du denn aussieht? Mann, was würdest du denn aussieht dafür? Ja, super. Den findest du ja mal witzig. Ja, das ist ja witzig. Aber brauche ich ihn? Nee, das brauchst du nie. Also das ist Schwachsinn. Das brauchst du nie. Aber er hat doch ein witziges Gesicht. Boah. Er will mehr als 15 Euro haben, offensichtlich. Ja, ich kann mal so gucken, wer 15 Euro verkauft. Sondern? Ich bin vielleicht ein bisschen doof, aber... Sondern? Ja, ich glaube, da kommen wir nicht klar. Na sag doch mal. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht klar. Nee, ich glaube, da kommen wir nicht klar. Nee, aber du kannst doch mal einen Preis sagen. Ah, nee. Sag doch mal. 80 Euro. Ja, jetzt sind ja die Einzelkrüge, die noch Kohle bringen. Oh, da fährt auch Wasser vom Boden. Was war das? Hallo. Was ist doch mit deinen Knutscher, ey. Guck mal, die Knutscher, wie kommen das? Knutscher, lass mich nicht. Hallo. So, jetzt isst du mal in Ruhe deinen Knutcher. So, was gibt's da noch? Gibt's da auch was für mich zu kaufen? Komm. Das kostet Rutherford. Da vorne sieht der ein bisschen spooky aus, wa? Als wenn er sich versägt hat mit dem Mund in die Nase ran. Die Seiten sind ja noch nicht. Na ja, der hat das Holzchen umso wild war. Die Seiten sehen ja noch nicht aus. Das soll ein Balken von der Titanic sein. Das habe ich fast erkannt. Da bin ich aber ein bisschen glücklich drüber. Hallo! Wo steht denn das jetzt hier? 81. 80. Wunderschöne Kunstobjekt. Na ja, im 90er Jahre war das bestimmt richtig angesagt. Ja. Das ist doch so leichtes Holz. Das muss ich gerade fragen. Das ist ja Holz. Das war nie Konstrukt-Holz. Konstruktions-Holz irgendwie, wa? Ja, das sieht so aus, als hätten das... Wo kommt denn das her? Ja. Also, ich meine... Was meinst du? Ethnologisch? Was meinst du da? Was meinst du da? Was meinst du da? Das ist schon ein bisschen sauer. Schon, äh... Schlau. 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 Hä? Was europäische doch alle Fälle. Oder wenn man so nachguckt. Oder wenn man so nachguckt. Na, aber wenn du vorne die Gesicht siehst... Ja, aber das Holz ist doch... Ja, aber das Holz ist doch... Das wird eigentlich ziemlich schwer. Für den Stücke. Warte. Was? Soll ich das dann waschen? Wie sieht man ein Waschbecken? Da bin ich immer ruhig. Was noch? Nee, ich nicht. So, so. Guck mal, diese Seite ist sauer. Oh, du bist so lieb. Normalerweise, diese Seite ist sauer. Und dann mal hin. Was ist anderes? Die fallen lassen. Ja, 80 Euro. 80 Silhouette. Ja, wützig ist sauer. Mama. Mama. Diese Seite ist sauer. So. 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 Ist das noch eine Wurst? Ja, hallo. Wo bist du denn? Komm mal her, meine Süße. Tschüss. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht. Boah. 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 Ihre Schwester ist doch nie so groß. die heißt wie die knoblauchwurst zu zu vermeiden ist ja keine wust mal ich sagst du interesser an ich trau's ja auch gegen den nutellastulle war irgendwo aufgeklebt da war hinten so eine hartskleberdruck so ein steinhart kleber wahrscheinlich auf einer platte war ich noch mal eine holzplatte ja das ist kunst würde ich mal sagen so diese test sind ehemachen er ist es schon da aber das ist das ist doch indisch und auch mit dieser langen lode ich wies nicht aber die inhalten wirklich an dass ich da bin die hauen da gar nichts an ehren das ist ja keine ahnung was das sein soll war vielleicht das rohstück nein das ist auch in indien die bezeichnung von gold nicht aurum sondern eurum ich schätze mal auf diamant gold ja was kostet die figur ja das ist ja mindestens so viel neben die ganz einfach wie du bezahlt hast ja zeig mir das gerade unten ja da 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 das finde ich nicht so schön das ist oi war ja der sieht aus wie er aus fenster fallen ja ja spiderman für arme ja lachse und am ende ist das richtig was wert wahrscheinlich ist das so was am hässlichsten aussieht ist immer viel wert das ist der highlight überhaupt das ist der pfund des Jahres dann finde ich ja so geil hier diese das ist ja nicht wert aber das ist einfach die vorderseite ist schön ja mit sommer und drehen drehst du um denkst du ja was für ein fest war und dann drehst du um und dann zeige ich einen wettbewerb entlang der pipeline Freundschaft 1981 DDR Volksrepublik Polen UDSSR GSSR Volksrepublik Ungarn Volksrepublik Bulgarien die Jugos haben sie ausgesperrt die hab's ja da nicht da hängen ja die Pipeline nicht durch Aua was machst du 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 wiegt dir 5 Euro für die 5 Euro wiegt dir dafür ich krieg mehr bezahlt ja warum ich glaube ich nicht ich glaube ich nicht hast du ja nicht einzeln gekauft also kann ich mir nicht vorstellen dass du dir das einzeln gekauft hast ja hast du nicht umgedreht vorher oder was ja natürlich naja ist ein Materialwert ist der Recht aber ich glaub da ne Flexer aus ich bin weggeflext und dann wird da genau ganz sprach lang geht ein Kohlwitz drin dann hast du nicht allergie so hau hau ja Anni möchte 20 Euro dafür ja ist Gold Hello Hi Moin ich hätte überhaupt kein Platz mehr die Bilder du musst du nur umklappen ist schwierig aufschlafen knick knackt Beine nicht in die Richtung in die andere Aaaaah guck mal ihre Augen an mit den Augen in die Sonne mit allergie oder soll bloß abhauen hau 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 bluse ab hallo ja 20 Euro es wird für dich war nicht aber doch zusammen hier gehen der bulle bürger bulle so weit hat sie sagen kann es nur 30 und der deckel ist auch bald abgerissen wenn er nicht aufpasst muss ein bisschen verfüllen unten er hat ja nicht mehr viele fleisch hier unten aber so ist das schön doch der ist das mond gibt es vielleicht auch also den kennig hier die kataloge durchgeblättert das war regelmäßig 23 von denen füge immer bei christmark immer bei das war also wieso ein gut verkauftes modell damals gewesen die haben trotzdem haben sie es gebracht wie ist er mit den grünen klug auktion ich habe ja alle zusammen verkauft die kataloge gesehen naja die leute verkaufen die einzelne für stück 25 euro die kataloge ich habe alle zusammen für 80 verkauft oder 90 alle die ja passiert ich möchte nicht ich finde das so die überall klebt sind alle an dem bad der krug hat das nicht klebt hat der fällt mir ein kleiner habe ich gedacht ich kriege den nicht mehr ab oder was ist der vorne auf dem akkrieg mama mama put essen ja wie es ist ja selten dass man da auch mal was findet ja mama put essen ja wie die ja die zwei Wochen auf heute die jacke Na gut, okay. Irgendwann hat die im Polen gekauft die Jacke und der fiegt mir dann an, ob er per Paypal bezahlen kann. Und dann hat er geschrieben, dass es ja nochmal extra Gebühren kostet, aber der hat Family Paypal oder auch. Da kostet das wohl keine Gebühren. Keine Ahnung, wer das ist. Das polnische Paypal, das tut nur so, als hättet es gezahlt. Okay. Macht alles für dich und deine Familie. So, das generiert bei dir auf dem Konto kurzzeitig, malen die Eltern und dann ist es wieder weg. Dann ist es wieder weg. Du musst in dem Moment abheben. Ja, ja, das ist ja bei der Nachbar. Aua, ihr reißt mir die Haare aus. Mit Lutscher. Einfach einrollen, den Lutscher, so als Lücken weg. Und dann einfach ziehen. Gibt es was auf? Am Samstag, die müsste nicht schon drauf sein. Paypal ist sofort drauf. Auf dem Paypal-Konto. Genau, dann musstest du auf dein normales Konto rauf. Ja, dann musstest du erst mal von Paypal auf dein Konto, also von deinem Paypal-Konto auf dein normales Konto überweisen. Das dauert ein paar Tage. Ja. Um an Bahre zu kommen. Du hast ja kein Konto. Nee, das läuft gar nicht über mein Nachbar. Naja, dann muss er das von seinem Paypal-Konto erstmal auf sein normales Konto. Und dann kann er das... Nee, wenn wir Lütter angefahren. Oder er ist so nett und streckt das vor. Wer hat denn den Lüttern die Idee ab? Das haben die Geschenke gekriegt. Was? Haust du ab! Könntest du mir von ihm gehen lassen? Wir wollten erst mal abwarten, dass er sich gemeldet ist. Hat sich er gemeldet jetzt dann mit dieser E-Mail? Oder mit Paypal bezahlen kann? War am Samstag? Ja, das ist halt einfacher natürlich. Du machst einfach klickst, kauf, zack, beteilst. Sofort eigentlich bei dir steht dir in gewisser Weise ja sofort zur Verfügung oder wie auch immer. Du kannst zwar mit im Internet sofort wieder einkaufen, aber du hast es halt nicht in der Hand. Das ist irgendein Paypal-Problem. Und deine? Gerade ist groß. Mein Gott, hier kommt der nicht gar nicht so. Na, dann gehen wir morgen früh da gleich hin zu um halb neun. Mein Gott, das ist das Orange. Dann Orange geht weiter. Na, da ist die Claudi. Wenn du nur Orange schläfst. Ach so, wie gut ist das? Ja, oh Mann, oh ja, halb neun. Ja, ja. Wir wollen ein bisschen früher wach machen. Wieso? Der Dieter, der will ja mal irgendwo wieder kommen. Claudia kam vorbei jetzt am Samstag. Sie meinte, ich soll mal vorbeikommen am Montag, Dieter. Dieter meinte, ist aber schwierig. Sie hat da was, aber ich nur, sie will mir nur was zeigen. Ich darf ja mal nicht kuchen. Das ist ja sowieso bei mir so, wenn man die alle anderen vorher schon gesehen hat. Die stellt sich aber auch teilweise an, ey. Wieso? Ich hab da schöne Bilder. Ich hasse mir schon nicht auch. Ich hab da schöne Bilder und stell sie dann ein bisschen hoch an. Weil sie wollte sie eigentlich rüberbringen zu Bernd ins Büro, wisst du? Dann hat sie die abgedeckt, hat sie einfach hinten bei sich auf dem Tisch liegen lassen. Und jeder hinterher hielt da direkt dahinter und gibt sich die Bilder an. Jetzt kennt die Bilder praktisch jeder. Und jeder will sie haben. Weißt du? Ich hatte ihr gleich gesagt, ganz halt, gleich als Erste, ich kette Interesse an dem Bildchen, an dem religiösen. Ja, musst du mit Bernd mal reden. Dann kam Bernd zufällig an, den Putz danach. Ich sag, Mensch, Bernd zeigt, hier, die Bilder. Ich sag, hast du Interesse selber privat an die Bilder? Ich kette Interesse an dem hier. Na, ne, die Bilder, ne. Also, ey, überlässt das ja mal Claudia, wisst du? Weil Bernd kümmert sich ja um so eine Sachen gerne. Naja, sie bringt sie ja erstmal rüber. Ne, dann hat sie die da ewig lange liegen gelassen. Alle waren so da, alle haben sie die Bilder gesehen. Ja. Ja, ich hatte ihr dann angebot gemacht für den Enebild, da sagte sie dann, sondern der aber angebot wird nicht, das wird dem Bernd zu wenig sein. Ja. So was ist echt scheiße, ey. Carsten meinte zu mir, das ist ja eh ein Bild, weil er eh ein Alte. Das würde mich interessieren, passt so von der Malerei an meiner Wand. So, einfach. So. Aber Bild sind noch nicht verkaufen. So hat Carsten noch gesagt. Wenn sie Bild sind noch nicht verkaufen, kriege ich immer furchtbar. Sollen sie es doch anders machen in Zukunft. Soll sie doch eh nur so eine Ecke machen, wo sie dranschreibt. Noch nicht zu verkaufen. Die Sachen gegen Gebote. Ich schreib mal auf. Gebote. Ne, das ist echt geil. Na, man kann sie doch machen. Ist ja, wäre ja sogar mal witzig. So eine Vitrine, wo dann immer so wirklich teure drin ist, wo man dann immer dranschreibt, oh jetzt steht sie zu blut, bei so zu viel und dann steht sie zu blut daran. Und nach zwei Wochen kriegt dann der Hilfsbiet nur das Ding. Kann man doch machen, aber Spaß. Na, ich biete schon mal 15 Euro für den Kuh. Ja. 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 Das war der erste, der nachgebracht hat. Ach komm, jetzt mach dir mal keinen Kopf. Wegen dem eben Bild. Wisst ihr, der billiger Bau der erste, sei den so ein Preis sagt. Wenn so ein Preis wäre. Endlich mal irgendwann. Ja. Na ja, sei mal nicht da, wenn ich da bin. Also kommst du kurz später. Na ja, ich bin ja um neun Uhr hier, also wenn ich was da ist, halb neun Uhr da sein. Dann kommt es vielleicht zu komisch oder was, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder fühlt sie sich dann, ach, ich weiß ja nicht mal ob es darum geht, aber ich kann es, also warum sollte es sonst liegen? Wenn sie da mal so ein Ding ist wollen machen, was ja schon ein paar Mal so gemacht. Ja. Dann hab ich ja was gesagt und dann hat das, na ja, da hatte ja der Rudi Interesse oder dieser Mont Blanc damals, da hab ich ja auch. Den hast du dann gekauft, oder du hast da ihren Preis gesagt. Nee. Ich glaub das war Karsten. Kugelschreiber, irgendwas. Ich glaub ja nicht gesagt. Sind mir da auch gezeigt und ah ja, weil das ist ja schon, weil das ist ja schon reserviert und es wird trotzdem gezeigt. Ich glaub eh mal, weil ich da krieg da, weil ich der Einzelne, der das gesehen hat und hat mir Brot abgegeben. Dann hat sie mit Bernd drüber gesprochen und dann hab ich das durchgekriegt. Jener wusste davon und jener hat es vorher gesehen. So, wüsste, so muss es laufen. Und das Brot, was ich gemacht hatte, war richtig gut. Und das hätte ja vielleicht kein anderer bezahlt. Was ist das denn mit dem Silber bei mir gewesen? Die Silbersache. Der ist auch teuer bezahlt. Ich hab mir auch mal so eine riesen Silberschale gekauft. Da hatte sie gerade ausgepackt. Ich sag ja, wie würd's denn die verkaufen zum Silberpreis? Ich hab dann irgendwann einen Stempel davon und hab sie gesagt, ich zahl ihr den Silberpreis, was ihr sonst verlangt, auf das Gewicht. Und dann hat sie die Waage geholt, hat das Ding ausgewogen, haben wir das ausgerechnet und dann hab ich ihr genau den Preis bezahlt, den sie auch selber verlangt hätte. Aber das hab ich dir auch freiwillig gleich geboten. Aber die hatte auch keine Ideen. Da hab ich die Bilder jetzt, ey. Hör doch auf, ey. Reg da nicht auf wegen sowas. Ja, das regt mal auf, weil das ein schönes, religiöses Bild hat. Weil das hätte ich ja auch nicht gekauft. Die ganze Woche nicht gekauft, die Woche davor nicht gekauft. Du guck mal, was du gekauft hast. Ja, jetzt an die Klinik. Ja, die Klinik halten hier, Mann. Olaf ist sauer. Olaf ist stinksauer, ey. Die soll mal noch mal fragen, ich geh morgens den Kaffee mitbringen oder zerretten. Oder hat sie erledigt. Ja, nicht die Bitte. Olaf kündigt. Seinen Kaffee-Zigaretten-Vertrag. Ich müsste einfach mit Bernd reden, weil ich hab bei Bernd noch was gut. War am Ende auch nicht mehr. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt warte doch ab wegen der Scheiße da. Das Kackbild, ey. Weißt du, wirklich. Du kriegst dir aber trotzdem nicht geschenkt. Auch wenn du bei Bernd zehn Sachen gut hast, bist du nicht geschenkt bei Ihnen? Ich will es ja nicht geschenkt haben. Na, ist doch gut denn. So, ich muss die Räder annehmen. Ja, ich bin mir nervt. Das ist schon. Ich werd mal den Kindern Brot machen. Ja, das ist doch schön. Kommt raus mit Päckchen. Dann können wir zusammen frühstücken, ja? Moin. Ich bin nicht Lacto und so'n Scheiß, nee. Einen Kakao hätte ich gerne. Danke, Carsten. Danke, Carsten. Ich hab keine chronische Lacto-Insuffizienz. Oder so'n Scheiß, oder wie man das auch immer nennt. Schock. Schock hätte. Schock hätte. Und all of das, ne? Da sind die meisten Bikes. Die meisten Bikes. Das ist 30? Per day. Taglich. Taglich. Daily. The whole Bikes in this line here, hanging, are not for safe. At least not for safe. Very old Bikes, or very, very expensive Bikes, or private Bikes. Okay. Das ist für safe. Das ist für safe. Das ist für safe. Ja. Das ist für ein Bikes. 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 Und die Bikes, äh, sehr schnell. Ich shoplige Bikes sehr schnell. Bikes. Natürlich. Du willst einen Koffer? Nein, danke. Du willst einen Koffer? Ja. Jetzt hat er ein bisschen saft, dann kommt man nicht mal los. Und rechts hat er ja gehabt. Da habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass wir jetzt mal sowas fern. Wo sitzt er da? Wirst du hinnehmen? Wie das? Ja, der hatte einen schlechten Tag, aber er kommt halt nicht. Ja, wir haben sich wohl ein bisschen in den Haaren gehabt. Ja, was hast denn du denn damit zu tun? Gar nichts. Ne, aber während ich nicht da war halt. Hollandrad am frühen Morgen nicht, furchtbar. Ja. Schau mal. Hallo. 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 Ähm, die Axis ist gut. Hä? Ähm, die Axis ist gut. Ja. Haben Sie eine neue? Ne. Kein Hinterrad da gerade gebraucht. Okay. Leider nicht. Neu. 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 Zum Fall. Also mit einen Neu- maar then wäre es jetzt aber erst morgen fertig. Denke ich zum Beispiel nach 70 Euro in Einbなく. 70 Euro? Ja. Okay. Du willst einen Sitz? Ja, ich will einen Sitz. Aber ich will nicht dein Aldi-Phone. Aldi, Aldi! Aldi! Aldi Torf! Hast du jetzt einen neuen Kasten fallen? Nein, das ist schon eine Sünde. Das hat der Fahrrad zurückgebracht. Angst. Ich weiß nicht, was die Dänen aufeinander haben. Ich erkenne Dennis ihn vertrets. Weggebissen. Ich habe ihn nicht genommen. Der Praktikant. Wohl. Ich habe keine Ahnung. Der Dennis mag ja so eine... Den mag ich so eine nicht. So eine alles verstehe. Ich mag die nicht. Den Praktikanten. Die sind ausdiskutieren. Oh, ey. Die sind mir schon seit Jahrzehnten auf dem Sack. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ja, ich habe auch nicht richtig. Aber das hat mir schon gerecht. Man hat ja schon so eine viel. Das heißt, nicht mögen ist auch doof. Ist ja vielleicht ganz nett. Aber ich mag das immer nicht, wenn sie dann auch mit so komischem Halbwissen und einfach nur so floskeln um sich werfen. Da haben wir ganz kurz eine politische Diskussion angeschnitten. Das war dann schon eine Katastrophe. Vielleicht auch bei mir. Keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich war ja gerade mit Hamburg und mit den Krawallen da alle zu tolle. Dann hat er sich voll für diese Krawallmacher da eingesetzt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, ey. Dipwalking rund durch die Straße zu laufen und sinnlos irgendwelche Fensterscheiben einzuschlagen. Das hat er nicht verstanden. Nee. Und alles gegen die Polizei. Die Polizei ist schuld daran, dass das so eskaliert. Wenn gar keine Polizei da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Was ist denn das für ein Quatsch? Was sollen die denn machen? Also, meinst im Ernst? Warum kann sowas nicht ohne Polizei laufen? Hä? Was ist mit dem los? Wir wollen ja nicht die neuen Riots hier haben oder sowas. In Deutschland. Ganz ohne Polizei. Wie hat er sich jetzt sowas vorgestellt? Okay. Also mal durchdacht. Wenn man mal anfängt sich zu durchdenken. Komplett ohne Polizei soweit. So ein Protest. Läuft doch niemals friedlich ab. Und ohne Waffengesetz. Naja. Genau. Ja. Dann läuft er bestimmt friedlich ab. Was händet denn? Ja, jeder erschießt jeden oder was? Naja. Und wer steht da dazu? Also auch selbst wenn er betroffener wäre? Das war nur... Nee, das war nur die Quatsche. Das ist doch das, was ich meine. Das ist doch nur so... Also so kam hier das vor. Ich hab ihn ja auch damit konfrontiert. Ich hab ihm gemeint, was machst du denn, wenn du jetzt in der Ecke stehst oder so? Und da kommen Leute und die bedrohen dann quasi auch dich und deine Familie um die Gesundheit sozusagen. Dann würdest du da auch drauf prülen. Oder so. Würdest du dich doch auch frei kämpfen oder nicht? Oder würdest du sagen, naja, lass uns doch mal nicht ausdiskutieren. Und dann zack, ein bisschen weg. Und als nächstes ist dein Kind, mein Neubau nicht. Oder so. Wirst du, würdest du dich doch genauso verteidigen? Oder würdest du das nicht machen? Na ja. Was sagt er da auch? Na ja schon. Na klar. Ja. Das ist aber eine Extremsituation, die ich jetzt darstelle. Ja, das ist auch eine Extremsituation. Ja, das ist aber in dem Moment ist das ja für die dort eine Extremsituation. Also das ist ja totaler... Also wie gesagt, da kann ich nicht... Da hab ich's halt sein lassen auch. Da muss man ja nicht drüber reden. Das ist doch super krass. Na ja, hat irgendwas gesagt zu ihm hier unten. Da hat sich hier bedient irgendwie wohl. Aber ich weiß nicht genau, was passiert ist. Dann hat er gesagt, kannst du doch nicht machen. Ey, jetzt... Mach mal dein Ding. Mach mal deine Sachen. Aber... Ne, dann hat er zu ihm gesagt, du mach mal deine Sachen. Und misch dich bei mir nicht ein. Hat er zu ihm gesagt. Und dann hat Dennis von Opa irgendwas gesagt. Na ja, und dann mal vor, ey. Das ist halt hier. Das ist jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ich bin ja für alle offen. Dann kann ja jeder machen und kommen und was da will. Bloß auf den Sack gehen dürfen sie mir halt leider nicht. Ja, das ist wichtig. Das stimmt. Und raubt alles Energie. Danke. Ja, mein Abfahrtermin verschiebt sich ein bisschen. Okay. Ich bin jetzt am 1., 2., 3., 4., und 5. September frei jetzt. Okay. Vorher hat das mit Lilly nicht geklappt. Und äh... Und äh... So diese Tierheim nach. Genau. Das ist so eine Tierpension. Also ein Katzenhotel. Und äh... Ist in Rangsdorf. Das war früher Osten auch, ne? Ja, Rangsdorf hat immer Grundstücke gehabt. Ich hab das immer verwechselt. Rangsdorf und Rangsdorf. Ja. Rangsdorf wird auch im Ausstieg. Rangsdorf wird auch im Ausstieg. War, war, ne? Also war nicht Westbezirk. Mhm. Ist ja auch da von Berlin. Ich glaube, ja. Vielleicht nicht mehr. Aber kam mal. Ja, und das war ganz geil. Weil äh... Dann bin ich hin und dann hat er mir das alles gezeigt, wo sie wohnen wird. Und die Einzüge, die will. Und äh... Finde ich cool, ne? Und sie ist ja immerhin 40 Tage dort. Da musste ich das mal machen. Haben wir uns jetzt geeinigt. Und äh... Moin. Good lady. Haben wir uns geeinigt und äh... Na komm, jetzt bist du ungekrümelt. Ja, Glück war's. Tschüss. Du hast ja hoffentlich nicht überfüttert jetzt. Mit dem Krümel, mit dem Atom. Kannst du noch nicht sagen, der Rest ist für sie. Und äh... Und äh... Äh... Und äh... 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 Für die Stadttiere oder was? Ja, total. Gibt's ein Steglitz ruhig. Kann ich jeden Morgen vorbei. Aber es ist unheimlich schwer eine Lizenz dafür zu kriegen. Weil da muss äh... äh... Ja, ich hab zu Hause. Nehme ich auch jetzt am Wochenende welche mit ner Warnemünde. Was machst du denn da? Bei der Sanitäts-Truppe. Na, Hänsel. Fahre ich jetzt Freitag rüber. Wo ist denn dein rotes Kreuzabzeichen auf der Metze? Muss ich mehr hast. Steck dir mal an. Erste Hilfe gelästet den Zierlik schon ja nicht mehr. Ne, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Alles gut. Na, Malis. Schönen Tag. Bist du heute sehr sommerlich? Ich war alles in Ordnung? Ne, aber du kannst ja mal reingucken. Ich find ja witzig, dass du immer die Sachen auspackst und dann wieder einpackst. Soll ich die da lassen willst du nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ne. Ne. Ja. Wie oft hast du denn schon erste Hilfe geleistet? Kann ich gar nicht mehr sagen. Na, 20 mal reicht es nicht. Wie oft hast du gewirkt? Immer. Also, hast du schon einen zurückgeholt? Wenn ich es muss, klar. Da sagt er die Ausbildung. Weil ich muss. Na, nur. Nur. Kannst du, aber zwei auf einmal kannst du nicht mehr arbeiten? Ne. Da muss ich mir dann Hilfe anholen von jemandem, der ihn aneinander übernimmt. Also wenn Tommi und ich jetzt hier unten kippen, dann würde ich es wieder belegen. Ist aber, ist aber, äh, 13er Maulschlüssel. Der wird uns gar nicht mal rollen, oder? Meinst du? Doch. Zieh mal auseinander. Das ist ein Werkzeugkiste. Das ist ein 13er Maulschlüssel. Ne. Das ist ein Imbus. Der ist da unten. Oder das ist oben locker. Ne, oben ist locker. Das ist der dunkle Maulschlüssel, der da drin liegt. Der kurze. Der kurze. Da kommt jemand sein Werkzeug. Ja, wenn es noch da ist, kenne ich es. Einmal. So, also wer sollte es sein eigentlich? Außer das ist ein altes System. Aber ich denke mal, passt was. Na, mach mal richtig fest. Mach mal richtig fest. Man wiegt ja ein bisschen was auf die kleine Schraube. Ich? Mann. Ich hab's extra für Allgemeinheit, weil ich dachte mir, du bist eitel. Bis dann. Bis dann. Tschau. Weg ist er. Hat er die Zeitschrift da gelassen? Nö. Hat er wieder mitgenommen? Ja. Kommt in seine Sammlung. Wird dann immer abgeheftet. Jahrgangsmäßig. Die Wohnung möchte die Uni räumen ey. Das ist bestimmt bei ihm so. Der hat bestimmt zehn Übungspuppen vom Rotkreuzfahrt drin. Voll die Sabbat schon. Bevor ihr schlummert. Abends bevor es mitgeht. Oh, ey. Das ist ja so. Oh, zum Mundbeater. Zum Mund. Ey, stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Au weia. See you. Ciao. Au weia ey. Stell dir Witt mal vor ey. Im Himmels Willen. Liegt er denn da und macht seine Puppen? Oh. Susi. Heute zu. Steht davon. Und heute. Die Babypuppe dran. Die wird erstmal durchgeweigt. Richtig durch. Bei kleinen Herzen nur mit zwei Fingern. Ja, der wisst Bescheid. Der wisst Bescheid. Hühnerherzen. Kann so ein Gummihoma nach Donkern kommen? Ja, der hat bestimmt auch keine Angst sowas anzuwenden. Das ist ja, ey. Ich habe aber Angst vor ihm, wenn da einer liegt. Der arme Kerl, Alter. Der macht halt alles. Der macht alles sofort. Der macht alles sofort. Lass mich durch. Ich habe die Scheine. Holt dann seine Karten raus. Und wie so ein Zauberkönig hat er so ein Fächer voll mit Schein. Rettungsschein. Und dann stürzt er sich auf sein Hammeropfer. Und dann wird das erstmal boom, 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 boom. Luftfreundschnitt. Erstmal Vorsicht sein. Da könnte ja was passieren. Dass sich am Fuß verleckt. Erstmal wieder benecken. Beatmung. Herz macht schaßen. Luftfreundschnitt. Also das einmal. Man will es ja nie unten Zugang legen. Für irgendwas. Für alles. Ist egal. Ich kann alles. Ich habe alle Scheine durch. Und dann hakt er ab. Am Ende ist der völlig zerschnitten. Liegt der da. Und hat sich überflattert. Und hat sich halt nur ein Zeh gestoßen. Scheiße. Ich habe das doch alles geübt. Ja. Jeden Abend an der Puppe. Na an sich selbst ja auch. Die Verbände. Die Prothesen. Was der sich alles anlegt. Was hat der denn da einmal? Der übt. Der ist immer offen. Ach ja gut. Das weiß ich auch nicht. Der hat ja auch sich selber mal eingegibst. Beide Beine oder so. Genau. Der taumelte hilflos im U-Warnhof. Weil er die Treppe nicht hochkam. Weil er beide Beine sich eingegibst hat. Dann stand er da. Also bis hier so eingegibst. Also nicht so bis zum Gelenk. Sondern bis hier so. Und dann stand er da unten am U-Warnhof an der Treppe. Und musste irgendwie hier hochkommen. So bitte. Und ich sagte. Bro, was machst du denn? Soll ich dir helfen? Ne? Und dann kam er irgendwie eine Dreiviertelstunde später hier an. Beide Beine. Beide Beine. Bis hier oben. Eingegibst. Steif. Und die Hose aber drüber. Ja klar. Eine Kurzhose. Man hat die Gipse gesehen. Ja. Ja. Er hat sie übt. Er hat sie übt. Unleglich. Ist das ein Vogel. Ja ist es. Roll. Mal gucken. Was aus dem Münzgeschäft wird. Ob er das nimmt oder nicht. Ich schau mal. Ich zeig ihm das jetzt mal. Er film will ich ihn jetzt nicht unbedingt dabei. Deswegen mach ich jetzt die Kamera wieder aus. Bis später. So hat er nicht genommen. Er möchte nur 255 Euro bezahlen. Der stand noch nicht. Noch nicht. Aber stehen welche mit Rädern? Ja ja. Hast du nicht bestellt? Ein Rad? Du musst dann hin gehen. Du musst sagen. Ja. Ich suche so. Irgendwie so was. Wie ein. Freigang. Freigang. Irgendwas. Was weiß ich. So. Du schreibst so ein bisschen. Was wie dein Rad ist. So in etwa. So hat in der Art. So stabile City Rad. Weil das ist mir hier nicht. Kannst ja so sagen. Das fährt gut. Ich bin erstaunt. Erstmal bin ich drauf. Sonst. Das war. Naja. Manchmal sagen die. Ja ja. Kommt gleich. Darf ich noch da. Im Dings. Ist ja ein Ding. Im Lager. Im Lager. Die haben ja auch Lager. So Hinterhöfe in der Nähe. Und so. Wist du? Naja. 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 Hier. Räum mal auf. Räum mal die Kiste auf. Naja. 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 Schalz. Hier. Gibst du mal Skradi? Sag ich dir mal. Skradi. Komm. Aufräum. Ja. Das musst du machen. Ein bisschen ordentlich. Ich zieh. So. Jetzt ordentlich behandeln. Ja. Gibst du? Gibst du das? Wundervoll, wundervoll, ja, das war gerahmt, aber der ist mir kaputt gegangen auf dem Transport und das Glas ist mir kaputt gegangen, ich bin in irgendeinem Fahrt unterwegs und jetzt ist es eine Pullover-Tür aber der Rahmen war auch scheiße, der war so fett, hinten mit Holz zugemacht und da muss eigentlich eine Berliner Leiste drauf das ist doch New York, das ist bestimmt schön das ist ein geiles Teil, das ist doch die Ant hier Welche Ant hier? Die haben nur so diese Holzklopps an Ich biete den an für 130, die werden nicht unter 1000 Euro gehandelt Wat? Ja, die Drucker, und das ist ein, den habe ich noch nicht mal gefunden der ist dieser Scott, der war ein sehr guter Karikaturist also der läuft auch richtig gut in den Auktionvölkern Kannst du gerne nachkicken, alle Kannst du gerne nachkicken, alle Das habe ich nie erwartet, ganz ehrlich, auf dem Markt 20, 25 Euro zahlen Ja, das ist, sie ist ja unten selbst, das ist ein alter Druck Also der ist so gut Ja, der hat gerade einen Copywriting gehalten Aber 10 oder sowas 2, das war 2 Das ist gar nicht stark Da kannst du gerne schauen, wie die Sachen von ihm gehandelt sind Das war ein richtiger Macher Ja, ja, aber Originale werden so gehandelt oder Drucker? Ne, die Drucker Die Drucker Originale gibt es eigentlich auf dem Reis Ja, wenn man das zurechtfährt, den müsste ich nicht echt nachgucken Ja, das ist eine Gruppe nach Ja, nicht jetzt Ist ja im Prinzip auch wie eine Investition Oh, was soll das? Dollar? Ja, den kriegst du für die Wand Den habe ich für Malis mitgebracht zum Lachen Ja, der ist gut hier Ne, den finde ich abgefahren Weil wenn du dir den Text durchliest, finde ich das voll makaber Cantarella Cantarella Okay, ich klinke, ja? Hier, das ist glaube ich auch was für dich Nackel Flaschenöffner Flaschen oder so Das könnte auch was für dich sein Müsste sie durch Mörderhand ihr junges Leben lassen Das ist ja schrecklich Ja, ne? Was denn? Was steht? Was steht denn da? Dass die Frau umgebracht wurde Ja, die wurde gekillt Was ist gekillt? Gekillt heißt umgebracht, getötet Wurde Ja, ja Hier Mikrofon Das ist äh Ich kennele Funken Das wisst ihr ja selbst Das muss ich ähm 130 Moment, realistische Umsetzte? Moment Jetzt macht da eher noch Uwe, Alter Nichts Uwe, ich rechne im Prinzip, ich rechne fast, ich rechne ein Drittel, ein Drittel, zwei Drittel für dich quasi, also das ist ein Unterschied, da ist ja nicht viel Arbeit dabei, da machst du Fotos und werden realistisch gehandelt bis 600 Euro, guck nach, ist kein Problem, eins steht drin bei Amazon für 750, eins bei eBay sofort kaufen mit 670 und realistisch ist eins defekt rausgegangen für 250. Lass es drin, das ist ja alles einzeln, hast du gesehen, der Ring muss im Prinzip, und der Telefunkenschild ist einfach der Kleber, du hast doch schon mit ihr Fangen gespielt, nur das war mal überpreisig, alles klar bei dir, kriegst du mal keiner, was sitzt hier für uns, ein Senhalber, ne, doch, die ist noch dabei, was ist das? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was das für eins ist, da steht ein bisschen was drauf, aber MK, MK, da steht MK, da steht MK, da steht MK, Galle, Galle, hier noch, steht drauf, Galle, die, diesmal steht sogar, Mikro Boy, das ist ein Mikro Boy, das ist ein Radio, sehr geiles Teil, das haben wir schon öfter, ja, und, äh, die platzen ja, man will ja eben mal fallen lassen, platzen die auseinander, ja, das ist gar nicht, ich mache Kopfstand, Kleber, was machst du denn da für ein Quatsch, guck mal drüber, ist die Batterien drin, ne, aber kannst du auch machen, ne, ist aber sauber eben, also alles gut, das sieht ja kompliziert aus, gut gesagt, gut gesagt, mal eine gute Aussage, warum, naja, das ist gut gesagt, kompliziert, nicht, das sieht komisch aus, und dies, und das, das sieht kompliziert aus, und das ist gar nicht so schlecht, man lauft nun praktisch aus mit 90 und 110, ach, hör doch mal auf, praktisch, wirklich, und? kostet 40 für dich, mit dem Karton, ich wette, mit dir das Ding bringt 150 Euro, praktisch, ich guck nach, ich muss mal nicht alles aufschreiben, oh, den hatte ich schon, öfter, was ist das? im Blau und in Wattfisik, hat das wir fahren, das ist auch ein Radio, den hatte ich schon, die Mini-Partner, das ist mal dabei, MW, UKW, man kann dort reinsprechen, oder? habe ich glaube immer noch sehr eine helle Rage, ne, nicht reinsprechen kann man am Bus, das ist ein, ein Radio, das sieht aber so aus, das ist nur ein Radio, das kann ich dir anbieten, für 60? 60, okay, machen wir 50, nehme ich, wie kann ich dir anbieten, für, wenn das okay ist, ein Stück und 10er, Skadi nein, Smiley's bitte, ein Stück und 10er, Geschenk für das Haus, was ist das da? Was ist denn das? Anerkennung? Was ist denn das? Ne, alle Zonen, was weiß ich, für guten Schleiß, für Geografie, für... Ah, die sind so nass, so wie Paketmarken für... Die hatte ich, ja. Wie viel die? Also 10, 20? 10, 10, 10 und für den brauch ich 20. Komm, die brauchst du 20. Machen wir hier 50? Bei dem? Ja, können wir machen. 80? Du musst ja ein bisschen rechnen. Sowas hätte ich gerne. Ja, das darfst du aber nicht, das kannst du ja gar nicht, da darf ich eben trotzdem Wasser hochkommen. Das sind, glaube ich, 40 Stück. So alles für guten Fleiß, für... Was ist denn, wenn man das Wasser aufmacht? Ja, dann kleben die zusammen. Ach, das weiß ich nicht, das... Würde man ja nie verwenden, ey. Wahrscheinlich nicht. Geil ist das. Geil ist das überhaupt. Kannst du ja nur überlegen. Das ist ja vergänglich. Ja, das finde ich schön, das ist ein Kalendernalter. Mit... Herold Verlag Stuttgart, folgende Bücher wünsche ich mir. Wunschzettel vom Herold Verlag. Das ist ein alter Kalender von 1928. Wahrscheinlich von dem Glasschiff, von dem Kummer, weil der kommt immer wieder. Die Werbung ist meistens anders. Komplett. Witzig, weil das Bezug hier auch sehr nehmend auf stark Neukölln und Köpenick ist. Und der Kalender ist dann alle... Warte mal, Mai 28? Warte mal, Mai 28. Warte mal, Mai 29. Ja, was kommt. Ich muss mir kurz auflaufen. Ich bin ja, sicher mal, ich bin ja, sicher nicht. Aber ich finde es schön. Warte mal, ich bin da. Ich bin ja auch. Einmal aber jetzt schon mal. Ich bin ja auch. Es ist schon so, dass ich nicht da war. Ich habe mir schon mal... Es gibt immer eine Lumenes Farbkomposition. Das hat alles Sinn. Man wollte eins ausstecken und hat gesagt, nein, jetzt kommt diese Farbkomposition. Meint ihr Lumen? Ja. Das hat alles Sinn. Hier. Guck mal hier, dass du wirst. Ja. Die Lumen riecht ja sowieso ein bisschen außerhalb der kommerziellen Magen. Schön, Lisa. Das ist so schön. Das geht nur... So, dann habe ich noch hier das hier. Das ist wahrscheinlich eher malig. Das ist Kühle. Zeichenecke. Das ist ein Musterbuch. Warte mal, du kannst eine vorher aufschlagen. Das ist keine. Da ist noch ein vorher. Ja, ein vorher. Nein. Was heißt das? Ach so, da. Also das ist wahrscheinlich der eigentliche Einwand. Ja. Eigentliche Einwand. Und ansonsten ist... Mama, Papa, sieh mal. Wow. Na, das ist mal ein Turm da. Hilfst du immer? Ja. Ja, das ist das deutsche Olympiakoffer. Wir brauchen die Lagenfüße weg. Die Lagenfüße weg. Ja, das ist klar. Das ist dann die Lagenfüße weg. Das ist dann die Lagenfüße weg. Du hast die Lagenfüße weg. Die sind schrecklich aus, die Fische. Tiefseefische. Wenn er so tief unten ist, muss ich keine Angst mehr vor denen haben. Die fressen dich dann noch schneller als du denkst. Die Fische? Die Tiefseefische, diese Anglerfische. Das wäre für mich auch okay. Vulkan oder Tiefsee. Wenn man es sich aussuchen kann. Oh Gott ey. Super. So, weiter im Kontext. Warte mal kurz beiseite. Yes please. Weiter im Text. Sonst kommen wir nicht mehr weiter. Ich muss nämlich noch einen Hollandrad reparieren. Ich hab nur noch viel schönen Zeit. Ach du Scheiße. Was ist denn denn für Preise krass? Was ist denn los mit dir? Das sind gute Sachen. Sonst würde ich das ja... Ich kann das ja nicht... Früh, Sommer, Herbst und Winter. Der Verlag... Alles was hier unter dem Verlag schießt, wird wirklich hoch gehandelt. Also das ist nicht irgendwie... Schrott... Ich hab schon überlegt, glaube ich, das eingekommen soll. Also das ist wirklich... Dieser, dieser... Wie heißt der? Den gab es noch nicht lang den Verlag. Der war noch Anfang... Der 20. Jahrhundert war... Der ist ja zugemacht geworden. Also 1915. Und die Bücher, die sonst von ihm sind... Das sind einfache Bücher, die werden verkauft für... 100... 150 Euro. Das ist wirklich... Das ist kein... Das ist kein Shit. Kann das nicht für 20 Euro kaufen. Das geht nicht. Guck nach. Guck nach. Lohmein, lass das mal bitte. Nett ist es. Guck nach, guck nach. Du kriegst von mir nur noch. Das ist ja sowas, was mich privat interessiert. Und da ist der Wert ja... Ja, weil es ja eh nicht... Ich würde es ja nicht spekulativ verkaufen. So müsste ich ja das aus meinem Gelde nehmen. Weißt du, so ist es ja. Ja, aber ich gebe nur noch Sachen ab. Oder verkauf nur noch Sachen, die... Ach, will ich dagegen jetzt machen? Ja, du hast den Wind ausgelöst, der das dann dagegen geschubst hat. Sorry. Nein, du musst es wieder aufbauen. So gut. Mach ich gerne. Jetzt ist ja was, was Malis dir gefällt wahrscheinlich. Winterstille, Herbstlinge, Sommerlust und Frühlingszeit. Das ist natürlich... Guck nach. Zeig doch mal. Lass mich mal durchsuchen erstmal, bevor ich den Preis höre und dann... Ja. Wissen Sie Bescheid über Paris' Untergebung? Ich zeige es Ihnen. Ein kleines praktisches Handbuch mit Stadtplan. Na ja. Das gehört zu den Abos. Das ist der Typ auf dem Foto. Guck mal, Landschaft auf dem Mond. Ja, haben sie damals... ... ihn hochgeschickt. Ja. Da ist schon gedacht, das ist ja die amerikanische Flagge schon. Das ist ganz schön. Schöne Bilder dran. Was kostet das? Die Zähne. Hört sich falsch an. Ja. Du musst den Hebel in die andere Richtung machen. Genau. Weiche Stellen. Genau. Hört sich besser an. Ja. Ja. Das ist ein Konvolut hier. Mama! Ach so. Ja. Pass auf, ne? Du auch Skadi. Oh, der Rosa. Komm schon mal auf. Das gehört nicht dazu. Die Tankausweisbauter. Ne, ich würde es nicht annehmen. Soll ich den nochmal? Das ist nicht schwierig. So was für Dennis. Zum Bezug vom Vergaserkraftstoff. Für Dennis hätte ich auch was hier. Oder hab ich noch. Habs noch. Das war ein Deutsch-Russisches für Forstarbeiter. Ja. Ja. Das hatte ich eigentlich für Arnie dabei. Ja, das ist gekischt. Das ist nicht gekischt. Ne, das war so hoch. Ne, das war so hoch. Das wäre hoch. Das fehlt. Das war so hoch. Das war so groß gebaut. Das ist nicht gekischt. Aber, soll man mal gucken? Wir sind... Die sind... Die Vignetten sind zwar hübsch anzusehen, aber finanziell nicht voll Interesse. Zu häufig wahrscheinlich. Erster Rad der Woche ist ein Hollandrad. Ein Hollandrad. Ein Hollandrad. Hollandrad. Kassel-Hollandräder. Hinterrad platt. Wie immer. Jetzt ist endlich los. Jetzt muss es endlich losgehen. Mit dem Hollandrad. Sonst komm ich nicht mehr hinterher. Hollandrad. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Ich habe eigentlich gerade hier mit seiner Kette zu nehmen. Ja. So. Nicht alleine damit. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du da oben stehst, dann könnte man dich erahnen. Deine Beine sieht man, ja. Okay. Ah, deswegen hängt ja das Schild hier. Das ist so der Blickwinkel. Ja, genau. Brubbel ist immer drauf. Brubbel kommt ins Fernsehen. Brubbel, hast du ein Eis gefunden? Ja. Ein blauer. Was machst du jetzt damit, Brubbel? Der bricht seinen Löffel kaputt. Lass ich erst mal auftauchen. Ja. Ohne Kaviar kann ich das. Das ist so. Was? Brubbel ist im TV. Brubbel hat schon seine eigene Sendung. Seine eigene Format. Seine eigene Sendezeit. Ja. Kennst du die Bekloppten von der Straße? Sozusagen hat da jeder sein eigenes Programm. Er ist ja nicht bekloppt. Er ist ja einfach nur anders. Aber... Ich bin bekloppt. Ich muss hier unten rumpackeln. Einmal sind. Genau. Genau, das ist genau. Ich bin bekloppt. Ja. Lass mich jetzt von der Sonne streamen. Streamen von der Sonne? Ja. Bis später. Bis dann, tschau. Eigentlich hochgeil. Keine Verpflichtung. Machst du einfach, was du willst. Den ganzen Tag machst du, was du möchtest. Kann ich nicht. Aber Kinder, du musst dich kümmern. Spannende. Spannende, du musst dich nicht wahr. Vielen Dank. 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 Good job. Gute Frau. Ja. 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 What? Yeah. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moin. Kannst du mir kurz einen Tipp geben, wo ich mit dem Beinreifen nicht klarkomme? Sorry. Ich glaube, die sind zwei verschiedene Ventile. Wisst ihr jetzt nicht, welcher kommt, der passt. Bede passen. Echt, ja? Ja, das sind doch eigentlich nichts, aber die brauche ich aber eben nicht. Was meinst du? Zweieinhalb ist die Leistung? Drei. Sollten schon sein. Wait, 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 wait. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der keil wird rausgeschlagen so hätte ich gerne mal in die kamera machen können also wie gesagt tretlager ist im arsch ist raus gedreht teilweise rausgerissen wir hoffen mal das sind in tretlagerhäuser noch okay aussieht das gewinne jetzt habe ich den keil entfernt so sieht es aus ohne keil die kugeln sind alle rausgefallen sie hat das rad in london aufbauen lassen für über 500 pund refurbished in london hat sie gesagt heißt so viel wie restaurieren oder sowas glaube ich weiß ich gar nicht vieler warum bei mir immer vieler bestimmt wie lange brauchst du denn nur eins ja das wären acht euro bis 21 uhr muss zurück sein so jetzt ist es weiter wir haben jetzt die kohle abziehen das ist wieder kohl 500 pund da ist ja nüscht bei denen die kohle abziehen Hören wir mal die Müllost, die da drin ist. Das war's, die da drin ist. Es waren doch keiner da. Nein, nein. Jetzt sind wir die roten Hütchen, die sie da haben, damit wir ein Paar zusammen haben. Nein. Ich dachte, das hätte sein können. Nein, das darf man doch nicht. Wie bitte? Ja, sowas darf man doch nicht machen. Aber für deine Fahrräder kannst du es doch nicht machen. Aber die klauen sie dann ja, was? Ja, damit keiner gegenläuft. Ha, gegen die Räder. Egen die Räder. Nee, das ist für Leute, die nicht Fahrrad fahren können. Die kriegen das dann mitvermietet. Zum Schlagen fahren? Ach so. Zum Hut auf den Kopf. Ha, das ist doch ein bisschen schwer für dich zu haben. Na wahrscheinlich nicht. Hallo. Moin. Hallo, Moin. Ich würde mir gerne ein Fahrrad aufholen. Ja, eins haben wir noch, glaube ich. Super. Ja, eins haben wir noch. Wie viel werden das im Tag? Äh, für heute sind es 8 Euro, jeder weitere Tag 7. Okay. Es muss heute Abend 21 Uhr wieder da sein. Und sonst morgen, eines was ich ja. Und sonst morgen 21 Uhr. Kann man gleich bis morgen? Wenn du willst, kann man das machen. Ähm, und hast du ein Schloss für das auch? Ist das dabei? Ja, ein Schloss ist dabei. Super. Ja. Ähm. Ähm. Sind 8, 8, 8, 8, 8, 9, 20 Uhr. Ja. Das musst du mir bitte einmal komplett ausstübeln? Ja. Wellness für heute. Viel luck. Есть es? Ja. Okay. Soh! 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 Oh, Humpa! Kabel ist jetzt dran? Äh... Hm! Ich glaube immer, wenn Miträder sind, dann ist es immer schwierig. Da muss man halt immer hoch, runter, hoch, runter... Nicht zerteilen! Also... Die Kugeln sind alle vollständig, offensichtlich. Ich habe die eine noch am Rost gefunden. Rieks donkey Die Kugeln sind schlug. Die Kugeln sind beta. Die Kugeln sind zu schlug. Die Kugeln sind los. Die Kugeln sind schluggerig. Der ist unser shoch! Ich bin besser. Ich bin besser, denn die Kugeln sind weiß jemand wurde. Das geht los. Oh man, jetzt sieht nicht gut aus. Also ich hoffe, die Gewindegänge sind noch so weit in Ordnung. Ich werde es wahrscheinlich reindrehen können, aber es wird sich wieder lose drehen. Wir probieren es jetzt erstmal. Ich muss sagen, ob man das jetzt hier sieht, aber hier an der Stelle ist es ziemlich platt gedreht. Platt gedrückt auch. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich sogar das alte system ist wundervoll und toll und alles gut aber wie gesagt hier ist ein problem ist entstanden wegen speziell bei diesem abweg ist das problem entstanden wahrscheinlich durch entweder zu oft rein und rausschrauben von dem alten lagern oder eben durch sandstrahlen durch mechanische durch mechanischen abweg von dem anderen treffer also mindestens mindestens wenn du jetzt der mountainbike meinst der mountainbike bewegte mindestens ein ex-qualität minimo der treffer sollte also für mich sowieso ich bin ein schwerer kerl ich krieg dann immer 100 kilo 110 kilo 150 kilo wenn du mit ausrüstung fährst und der drahtwarte bewegen muss bei euch das ist ja 150 kilo sein das muss ja bewegt werden und dann sollte der treffer haben wenigstens 50 bis 100 euro kann ich schon kosten und kein rotex zwei oder sonst weiß sondern meiner empfehlung war viel kann ich bin so traditionell ich kann die neuen systeme die gleichen stattfinden ich habe einen truppenlager drin ja der kapitel kostet über 70 euro und die tritturbel die hat die kostet 200 und das eingang wohlgemerkt durch den eingang tritturbel und die war auch nicht schwer die war nicht 2 2 3 da war die tritturbel und die habe ich innerhalb sollen 300 kilometern wo der zerträgt oder beide ich bin jetzt noch ein zweites mal durchgeführt das wir jetzt sehen empfehlung für gute lager ganz traditionell vierkante ganz traditionell nicht zu machen ich konnte jetzt noch nichts mehr zum fahren mit der hand gekontert damit es nicht kaputt geht es tut mir leid es tut mir leid es ist nicht trotzdem davon abgesehen kann ich mir nicht vorstellen dass oder modell war weiß eben diesen fahrradständer aufnahmen also ein rennrad modell wird es nicht gewesen sein aber es ist sehr aufwendig gemacht also drunter und ein lackiert alles der lachse hier war der hat wahrscheinlich schon gekostet das ist ja doppelt pulver beschichtet dann ist es also das erste gesandt strakt worden dann pulver beschichtet worden einfach dann beklebt worden und dann noch mal pulver beschichtet klar wenn ich gemacht worden ist keine frage los trittlager mit teflon mit teflon einschrubb es hilft ja alles nicht es muss eine stabile verbindung sein definitiv das hilft nichts für den ganzen tag jetzt von erzählen es wird nicht besser dadurch mich ärgert es ein bisschen zusammen ich muss hier leider nachher sagen tut mir leid es ist 10 euros but it's not possible to repair so ist dort mich natürlich ganz gerne repariert naja und ehrlich gesagt sind zehn euro sind ja auch nicht mal der preis für die arbeitszeit eigentlich wenn man hier dran sitzt irgendwie 40 minuten probiert hin und hier also aber ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, alte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kona 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 50? Ist zu neu, zu neu, warum? Ne Pause Kaka laka Pause Thorsten ist dran da Thorsten ist dran gekommen Ich hab aber Kaka laka Kaka laka am dampfen Und Kaka laka muss erst mal gemacht werden Tut mir trotzdem total leid für die Hütte froh Ich kann es nicht ändern Am besten ist, du kriegst ein alter Titanlager für ein Fahrrad Lager mit einer Titanachse Feelwood oder so Geilste Lager überhaupt Ein alter, nicht die neue Ein alter, von früher Total genial Das ist die kaputt Lobel, ich hab's damals, das haben sie nebenslange garantiert aufgeben Feierabend Ja, kein Knisch machen Weg Feierabend Ja, aber ich muss jetzt was essen Ich muss jetzt was essen Jetzt Ich muss essen jetzt Ham, ham, ham Hab ich gesagt Schott Schott, schott, schott Zulie Und sind drin Ja Was für die Pärin Gibt's doch dafür nicht Wird zu dünen Ja Wow Fynn zu Reden alle verrückt geworden hier so was mir ist mit den kurs von mir ist nicht mir sind die nicht die wettbezüge feines tafeltuch der lieferant der schmeißt aber einfach alles hin er hat die order dazu muss man sich mal vorstellen man bestellte arbeit dann kommt das in die kiste dann kommen sie an und dann kippen sind einfach aus weil sie müssen weil sie mich die kiste wieder mitnehmen sind also was beschwert ist das für ein system so 20 lampen 20 stück zu 100 euro in dieser kack tüte jetzt was haben wir noch das ist auch in meiner kiste gewesen das ist ja auch in meiner kiste gewesen das ist ja auch in meiner kiste gewesen das ist ja auch in meiner kiste 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 Das ist ja ganz normal. Die Jutsi sind, wissen sie ja selber, die Schlösser. Wollen sie also keine Werbung machen? Sollte man nicht. 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 Sollte man nicht genutzt. Wie wird sie nicht verringen? So, Schlitzer sortieren. So, Schlitzer sortieren. So, jetzt ist es los, Schlösser. Ja, ich muss essen, aber erst arbeiten. Nein, nix Pause. Erst arbeiten. Pause, immer Pause. Kann ich immer Pause machen? Malie. 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 Die flippt aus. Wenn das Wort Essen hört. 30. Malie. 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 Alleine, wir sind immer alleine. Ja, er hat anders gesagt, er hat nie gesagt. Scheiß Alkohol, Scheiß Alkohol, Kasse Alkohol. Ja, das ist dein Freund, dein Freund, Freund, dein Freund, dein Freund, dein Freund. Genau. Ja, ich bin ein Freund. Ja, ich bin ein Freund. Das war schon. Das ist dein Freund, das ist dein Problem. Du, wir beide, dein Freund? Und du? Und dann, wenn du denn? Schlechter Freund! Ich muss jetzt arbeiten. Um, um, um! Ich muss stecken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020